Und hallo, kleinen Moment. So, dann machen wir mal. Hier muss ich auch nichts hören. Test. Warum höre ich das zweimal? Test. Ah. Wir haben wieder keinen Ton. Das ist super. Dann machen wir das so. Hallo. Da höre ich was im Hintergrund. Ein Fapskimo. Einer. Der. The one and only. Genau. Wir testen mal ganz kurz, ob das mit der Lautstärke hinhaut, aber ich glaube, das sieht hier ganz gut aus. Ja, eben hat es noch gerauscht und du hast so ein bisschen, wie sagt es, so ein Hinterher... Also man hat sich irgendwie ein bisschen doppelt gehört, aber jetzt geht es besser. Naja, ich glaube, man hört immer noch so ein Echo, oder? Sag noch mal was, Robin. Ja. Test. Okay, jetzt passt. Rauscht ein bisschen bei ihm im Hintergrund, aber geht schon. So. Dann wäre ich jetzt fertig, wenn ihr wollt. Dann kann ich mein Eis jetzt essen, während ihr das ansagt. Was ihr schon seit 10 Minuten vor sich hin schmilzt. Bitte sehr. Ja, Hallöchen, Tagchen, Abend. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum 202. Retro-Kompott Audio-Stammtisch. Heute mit dabei ist, man hat es eben gerade gehört, der Fabs Kimo. Genau. Einfach reingequatscht. Guten Abend. So gehört sich das dann auch noch dabei. Der Robin. Der ist gerade sein Eis. Hallo. Dann der Arne, der RSN 8887. Heute erstmals früher dabei, aber vielleicht gerade nicht am Rechner oder am Fußpedal. Arne, wir hören dich gerade nicht. Hallo, hallo. Könnt ihr mich hören? Jetzt hören wir dich, genau. Achso, vielleicht habe ich vergessen, mein Fußpedal zu drücken. Also ja, hallo. Ach, interessant, du hast es auf Fußpedal gelegt. Das ist ja auch geil. Ja. Es wurde gerade im Chat markiert, dass der liebe Fabs Kimo ein bisschen zu leise ist. Kann es sein, dass dein Audio-Windows durch ein Update wieder die Lautstärke des Mikrofons auf 45 runtergestellt hat? Das kann gut sein. Wie kann ich das nochmal beheben? Also ich gucke mal gleich nach. Das hängt von der Windows-Version ab. Inzwischen ist es immer durcheinander. Rechte Maustaste auf den... Bist du jetzt bei Teamspeak oder bist du bei den Einstellungen des Computers? Ja, ich würde gleich bei den Einstellungen vom Computer nachgucken, weil da ist er dann... Genau. Wahrscheinlich bist du viel zu leise und Teamspeak versucht dich da in ungeahnter Höhe hochzupushen. Hallo. Ja, der Ingo ist auch da. Ist ja voll heute. Ja. Wetter schlecht. Ich bin natürlich auch dabei, nach langer Abstinenz wieder, Sky 76. Der Himmel in den 70ern war am schönsten, das wissen wir doch alle. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich werde gleich nebenbei so ein bisschen mit halbem Auge, halbem Ohr hier nur sein, weil ich natürlich wieder arbeiten muss und Fotos bearbeiten muss. Und vielleicht habt ihr ja noch ein paar coole Geschichten, die ihr gleich noch zum Besten geben würdet. Und liebe Zuschauer hier bei Twitch, ihr seid unglaubliche Vorkoster, denn ihr dürft im Preview eine Stunde zuhören, wie wir den Audio-Stammtisch hier machen. Und als Unterstützer bei Patreon könnt ihr das ganze Projekt dann hören und jedes Mal am Freitag dann irgendwann am Samstagmorgen, wenn Patrick es freischaltet, könnt ihr hören, was wir hier so verzapft haben. und teilweise über Stunden. So ist es. Bin ich jetzt lauter? Nein. Hm. Okay, Moment. Das ist der Hammer. Der Fabskemo klingt gerade so wie so eine alte Soundblaster-Karte. Hm. 11 Kilohertz. Mit diesem Drauschen, ja, im Hintergrund. Ja, ziemlich reduziert. Soundblaster, the PC Soundstandard. Ist vielleicht das falsche Mikrofon an, irgendwie vom Headset, oder? Nee, es ist, also bei Teamspeak ist auf jeden Fall das richtige Mikro angeschaltet und, ähm, ja, und ich, keine Ahnung, also dann ist es in den, bei den einzelnen Geräten hab ich ihn auch, Teamspeak dann auch auf ganz laut gestellt, das war nur so auf der Hälfte, aber scheinbar nutzt es immer noch nichts, irgendwas muss sich da ändern. Ja, ein bisschen retro-mäßig hört sich das an, aber, ja. Vielleicht beim Mikrofoneingang bei Windows selber im Audio-Mixer, das Mikro auch nochmal hochregeln. Versuche ich gleich. Oder mal rausstecken, wieder reinstecken. Also es ist ein USB-Stecker mal da, ne? Ach so, das ist ein USB. Ja, das ist ja, das ist ja voll modern. Gibt's den Audio-Mixer überhaupt noch bei Windows doch, ne? Ja, ja, rechte Maustaste auf den, ähm, auf den Lautsprecher-Ausgang und dann Lautstärke-Mixer öffnen. So, wie klinge ich jetzt? Super! Viel besser. Ja, besser, besser. Das stand tatsächlich bei den Windows-Eigenschaften von Mikrofon auf 35, keine Ahnung warum. Windows-Update. Aber, ja, aber wenigstens hat er sozusagen das nicht wieder von alleine runter geregelt jetzt automatisch. Das macht er dann auch manchmal, da weiß ich auch nicht, was dann zu tun ist. Das hatte ich aber auch früher mit dem USB-Mikrofon beim Mac, dass der halt dann auch über irgendwie manchmal die Sound-Settings da verstellt hat. Und seitdem ich jetzt hier das XLR-Mikrofon hab, an dem, ähm, ja, an der XR18, da hab ich nie wieder Probleme gehabt diesbezüglich. Natürlich nicht, weil du ja nur über andere gehst. Ja, und das geht eigentlich ganz rund. Ach, ich hatte das ja auch mal nach irgendeinem Update, dass mein Mikrofon gar nicht funktionierte und im Endeffekt war es dann von Windows irgendwie verboten worden ist, ein Mikrofon zu benutzen, weil es nicht sicher war und ich musste es dann explizit erlauben und so ein Quatsch. Also völlig absurd. Ja, manchmal sind es so Sicherheitssachen, weil ein Mikrofon hat natürlich überhaupt keine großen Rechte, aber ich verstehe das schon, dass da manchmal, ähm, die, die, die Programme amok laufen und denken, oh Gott, ein USB-Gerät. Setzen wir erstmal die Macht auf Null. Ja, soll ich mal anfangen und erzählen, wie retro dieses, dieses Woche war? Also eigentlich ist nicht viel passiert. Ja? War das? Ja, mach das einfach. Ich wollte nur kurz sagen, wir haben gestern eine Spende bekommen. Da haben zwei Leute uns Computer gespendet. Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen, das müsstet ihr beim Facebook-Posting rausfinden. Aber wir haben gestern einen Apple Classic 2 geschenkt bekommen mit integriertem Schwarz-Weiß-Monitor. Der letzte Apple, der, ähm, ne, Mac Classic, heißt der Mac Classic, ne? So rum. Äh, der einen integrierten Schwarz-Weiß-Bildschirm hat. Den letzten, den es gab, ab da ist alles Farbe. Ähm, zusammen mit auch noch Zubehör. Ich hab das noch alles gar nicht durchschauen können. C64 Amiga, ähm, eine alte, sowas wie eine Honeymax-Konsole. Äh, ja, genau. Ähm, C64, einen alten Compact-Notebook, so von 1991 oder 1990 oder so. Sowas. Und diverse andere Retro-Hardware. Und dann, äh, nicht nur schön, dass wir das dann bekommen hatten, sondern dann kam eine halbe Stunde später noch jemand rein und hat uns einen C64 gespendet. Und, äh, ja, das ist langsam so, dass wir wirklich an Ersatzteilen ist so genug da, das ist ein Traum. Ähm, da müssen wir uns bald keine Gedanken mehr machen. Wir werden aber irgendwann einfach aus anderen Gründen, ich will jetzt hier nicht schon wieder von Geld anfangen, werden wir diesen Monat wahrscheinlich noch, ähm, auf dem Flohmarkt sozusagen online, äh, Sachen verkaufen, die wir definitiv nicht mehr in der Ausstellung brauchen, weil wir sie entweder zehnmal haben oder weil wir sie einfach nicht mehr benutzen werden. Ähm, sowas wie, ähm, Tapes haben wir noch massig, C64-Floppies haben wir noch massig. Da werden wir auch nicht mehr als, keine Ahnung, fünf, sechs Stück behalten. Das macht ja keinen Sinn. Äh, und das ist halt immer der Hammer, wenn man so eine Sammlung hingesetzt bekommt und man, ach ne, Atari 2600 war noch mit bei, auch nur mit Spielen, das ist echt supergeil. Ja, das war mein retrohaftestes Erlebnis, äh, und ansonsten bin ich zur Zeit, wenn ich arbeite, hab ich eine Flashback-Welle mit alter Musik. Ich hab meine CD-Sammlung der 90er-Jahre und 80er-Jahre komplett nach vorne geholt und hab mich jetzt gezwungen, jede von mir gekaufte CD auch mal anzuhören. Und das ist manchmal echt scheußlich, aber manchmal spannend, wie der Kopf so daraus die Situation produziert, wann man das gehört hat. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Ja, komplett. Ja. Ich hab auch sowas gemacht, ich hab die ganze Woche Prodigy gehört und war halt wieder voll auf dem Flash, weil ich find das immer noch gut. Also ich war total überrascht, wie gut das noch ist. Ich dachte, das klingt jetzt vielleicht so total Panne. Aber nö, also der Bass ist immer noch genauso fett wie damals, ne, bei diesem, Fat of the Land bei diesem Album von Prodigy, wie da der Bass abgeht. Das ist auch unglaublich, wenn das losgeht, echt wow. Das war auch immer der Test, hab ich irgendwann, mit 17, 18 hab ich mir einen Subwoofer gekauft, einen passiven, also mein Verstärker musste dann noch mehr ächzen. Und ich weiß noch, wenn es anfängt, dieses Dup, 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 Dup. Und dann, es gibt's irgendwann diesen Dum, 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 Dum. Und dann weiß ich noch, dass die Fensterscheiben gebebt haben und ich war so glücklich. Ich dachte, geil, jetzt bin ich auch ein Prolit, jetzt kann ich auch mal meine Fensterscheiben zum Vibrieren bringen. Also, ich hab auch irgendwann früher mal, als das neu war, meinem Vater das vorgespielt, weil der so ein Hi-Fi-Mensch ist und der so eine Riesenanlage hatte. Aber der hat halt immer nur sowas wie Genesis und, was weiß ich, diese Beatles und sowas gehört. Und dann hab ich bei ihm mal diese Fat of the Land, dieses Album reingeschmissen. Und er hat mich nur angeguckt und meinte, Arne, oh Gott, was ist das denn? Weil sein ganzer Bass vibrierte, die ganze Wohnung vibrierte. Bei mir ist es halt so unglaublich, ne? Ja, werde ich nie vergessen. Also, nur um es zeitlich einzuordnen, die waren mal in Berlin und ich war da und es war 1996. Also, so lange ist das schon her. Die haben bei uns mal im Stadtpark gespielt und wir wohnten, oder wir wohnten damals so vier Kilometer Luftlinie entfernt. Und die Vibrationen waren bei uns immer noch zu hören. Also, das ist gut. Ja. Nicht zu schlagen, ja. Das Coole, das war so eine komische Mischung aus Metal und Elektro und Live-Act, ne? Mit diesem Getanze und Geschreie. Es war irgendwie alles zusammen so komplett so, das konnte man nicht richtig einordnen als Genre. Ja, ganz genau. War das nicht Crossover, oder? Ja, voll. Das war irgendwie voll so ein Mix. Ja, das ist tatsächlich ... Diese Band könntest du ganz schwer einsortieren, weil eigentlich ist es ... Es ist schon Elektromucke, aber es hatte auch viel so Mitteleinflüsse. Trip-Hop ist es ja auch nicht, weil es ja zu wenig Hip-Hop ist. Also, ein bisschen Hip-Hop ist halt auch bei, weil sie auch manchmal rappen war, aber ist es eigentlich auch nicht. Aber Rave ist es auch ein bisschen. Es wurde ja auch immer auf Rave-Partys gespielt, oder nicht? Ja. Also, es war auch da zu Hause. Ja, sie waren damals ... Stimmt. Vocal Wave. Ich weiß es nicht. Ich habe gestern auch ein altes Stück gehört, ich muss mich jetzt outen, und zwar das war von Genesis, weil ich war eigentlich nie ein großer Fan von Phil Collins oder Genesis, aber es gab ein Lied, ein instrumentales Lied, was früher immer in Disneyland gespielt worden ist, in den 80ern. Also, ich war in meinen 80ern in den USA, in Disneyland, in Kalifornien, ich weiß nicht, in Kalifornien oder in Florida, und irgendwo wurde das Lied rauf und runter ... oder war das in den Universal Studios? Ich erinnere mich. Also, in irgendeinem Freizeitpark. Und da wurde hier The Brazilian von Genesis rauf und runter gespielt, und ich habe dieses Lied geliebt, weil das war für mich eigentlich so ... Von Invisible Touch ist das, glaube ich, ne? Genau, das war so eine Art Synthesizer-Lied eigentlich für mich, sowas. Also, das war ja gerade in dieser Synthesizer-Zeit, und für mich hat sich das eigentlich angehört wie so ein Synthesizer-Lied, so in der damaligen Zeit. Ich habe auch das Gefühl, die wollten das auch so ein bisschen so imitieren. Das wurde auch, glaube ich, mit Synthesizer teilweise gespielt. Ja, also, über Genesis kann ich viel erzählen. Das ist ja einer meiner Lieblingsbands, also so meine Top 5, da gehören sie auf jeden Fall dazu. Und die haben halt immer Phasen gehabt, so wie das auch Pink Floyd hatten, hatten die Phasen. Und die Anfang der 80er, da waren sie ja nur noch zu dritt. Und da haben sie natürlich viel rumprobiert, und da hat so jeder so seine Einflüsse gehabt. Dann bei I Can't Dance ist so hundertprozentig Phil Collins Einfluss, und Invisible Touch ist so Tony Banks, also so instrumental sehr viel Einfluss. Und, ja? Naja, das war's. Ja, und ich habe dann Musikvideos angeschaut, also wo die das live gespielt hatten, und das war echt lustig, dann Phil Collins mit Haaren zu sehen. Ja. Ja, wobei ich mochte die Stimme von Phil Collins nie. Die war mir irgendwie zu trötig. Ich meine, das ist Geschmackssache, er hat eine sehr prägnante Stimme. Ja, und ich glaube, er hat auch einen guten Job gemacht, aber es ist halt nicht ganz meins gewesen. Aber dieses instrumentale Lied, also das liebe ich einfach. Das ist halt so ein Ohrwurm. Und das habe ich damals übrigens, jetzt bitte nicht lachen, das habe ich damals auf dem VC20, ja, nachprogrammiert, also das Lied. Ähm, und, äh, ich muss mal gucken, ob es irgendwo noch zu finden ist. Ähm, ich glaube nicht, aber gut, wenn ich das jetzt mal schaffe, irgendwann mal einen Kassettenrekorder am VC20 anzuschließen, beziehungsweise keine Kassetten, die, äh, die Datasette irgendwie an den Mister, ähm, beziehungsweise es gibt da ja auch solche Dongles, äh, oder sowas, wo man das machen kann. Und wenn ich mal die Zeit finde, ja, dann, äh, werde ich das dann irgendwann mal live vorführen. Obwohl, dann gibt's wahrscheinlich auch wieder so einen Strike, aber ist egal. Es ist so schlecht nachgespielt, glaube ich, das erkennt man nicht. Ich glaube auch nicht, das muss schon ziemlich ähnlich sein. Ja, ja. Ja, so richtig alte Mucke höre ich, habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gehört, aber ich höre manchmal auf YouTube, da gibt's ja manchmal so, so Leute, die, ähm, sich Musik anhören und dann darauf reagieren und haben halt irgendwas mit dem Musikbusiness zu tun, beziehungsweise sind irgendwie Vocal Coach oder Opernsänger oder, und da ist manchmal ein ganz cooler Clash sozusagen, dass so eine Opernsängerin sich irgendwas Rockiges oder so anhört und, und, oder was ganz Berühmtes irgendwie von Queen, Bohemian Rhapsody oder so und dann aus ihrer Sicht halt irgendwie so, was ist da jetzt wirklich Klassik dran? Und das klingt ja so, die Leute wollen immer, dass sie das dann irgendwie, irgendwie, ähm, bespricht. Und diese ganz eigene Sichtweise, die finde ich manchmal ganz interessant. The Charismatic Voice, hörst du? Die zum Beispiel auch. Ja. Ja, die kenn ich auch. Die ist, äh, leider auch optisch genauso mein Fall. Ich, so bin ich überhaupt nicht über die gestolpert, weil ich schwitz, zwitschte so durch die Dinge und denke ich, oh Gott, da ist sie, die Traumfrau. Und dann hat sie auch noch eine tolle Stimme und ich denke, oh Gott, ich, das ist nicht. Ja, aber das ist auch so eine legendäre Aufnahme von 2011 oder so, wo so irgendein berühmtes Opernstück so mit voller Inbrunst schmettert und die kann das ja auch wirklich, oder konnte das zumindest früher mal. Ja. Und, ähm, ja, und wenn die dann, und die hat dann auch einen ganz interessanten Musikgeschmack, der mich auch manchmal so interessiert oder so. Also auch so Megadeath und so, diese ganzen total verrückten Sachen, die man hört. Und die dann abgibt auf die Stimmen und wie sie dann bis ins Detail erklärt, wie, was ja da mit, was die mit ihren Stimmbändern und ihrem Rachen machen, um, um diesen Ton zu produzieren. Ich denke immer so, wow, auch wieder ein ganz eigenes Universum für sich so. Ja, definitiv. Ja, auf die bin ich draufgekommen, weil die eben auf Tool Reaction-Videos gemacht hat. Ja, stimmt. Auf, warte mal, was war denn das? Sober. Sober, genau. Mit diesem bekannten Live-Lied, also Live-Aufnahme, die man eigentlich relativ oft sieht, ja. Genau, da habe ich auch in letzter Zeit wieder in meiner Timeline viel Tool drin gehabt, weil mein Bruder das extrem viel gehört hat und da bist du natürlich irgendwann mit dabei. Wobei man muss ja sagen, also musikalisch und von der Abwechslung der Musik ab, das ist dann natürlich wirklich Premium. Ja, also die habe ich auch einmal live gesehen. Also das war zur Zeit von dem 10.000 Days-Album. Das war richtig cool, also echt super atmosphärisch und so. Ich glaube, man bindet sich auch eher an eine Musik als an ein Computerspiel, weil ein Computerspiel hat man ja meistens über Jahre gespielt und so eine Musik hat man vielleicht einfach nur so einen Ausschnitt gehabt, wo man dann sagt, keine Ahnung, ich habe auch mal eine Phase, wo wir schon vorhin bei Phil Collins waren. Aber ich fand auch mal Phil Collins alleine als Einzelkünstler sehr gut, dieses nicht But Seriously, sondern das andere, wie hieß denn das danach? Mit Another Day in Paradise, ja. Ja, das ist gut gewesen. Ja, und das ist aber, wenn du das, also das kann ich heutzutage ganz schwer hören, weil das ist schwülstiger, schmieriger Pop ganz häufig und da kann ich heutzutage absolut nicht mehr drauf. Deswegen kann ich auch mit, bei Genesis bin ich, da hört es dann bei mir irgendwie so 84, 85 auf oder vielleicht noch Mama, da würde ich auch noch sagen, das ist gut, aber danach ist irgendwann Sense. Ja, ganz komisch, bei mir ist mein Musikgeschmack irgendwann an einer bestimmten Stelle stehen geblieben und hat sich dann nicht mehr weiterentwickelt, richtig. Also ich habe natürlich früher auch Tonträger gehabt, CDs und so ein Kram und habe die irgendwann alle so zu MP3s konvertiert und dann habe ich halt so relativ viele MP3s auf dem Rechner, so eine Sammlung. Und dann waren meine CDs, brauchte ich ja dann eigentlich nicht mehr, die habe ich dann auch irgendwie verschenkt alle. Also auch schon alles ewig her, so 10, 15 Jahre her mindestens. Und jetzt wird diese Musiksammlung mit mir immer älter und wir haben uns so aneinander gewöhnt. Und ja, also da kommt nicht mehr viel Neues dazu, erstaunlicherweise, seit schon längerer Zeit. Und ich bin häng da so in so einer Zeitblase gefangen irgendwie mit meinem Musikgeschmack, das ist komisch. Ja, das geht aber, glaube ich, uns allen so, oder? Weil ich meine, man hat halt einfach, also selbst wenn man immer wieder neue Dinge hört, dann trägt es ja nur einen kleinen Teil zu dem Berg bei, den man eigentlich schon sein ganzes Leben lang hört. Das stimmt. Aber es spricht halt bei mir ein bisschen dagegen, dass man sich so stark weiterentwickelt oder so in der Hinsicht. Also bei mir passiert das nicht so sehr. Also ich finde das alles so toll, was ich da so habe und ich brauche auch nicht mehr. Kaum jedenfalls. Oh, übrigens, Christian Blind Gamer ist da schon länger. Aber wir waren ja gerade in der Diskussion über die Reaction-Videos. Kleiner Witz, wir haben ihn nicht gesehen. Das kann nur aus Berlin kommen, sowas. Na, Christian? Ja, jeder andere würde sich nicht mehr trauen, solchen Witz zu reißen, aber die Berliner Schnauze, die lässt sich von sowas nicht unterkriegen. Hallo zusammen. Komm, also wer hier nicht zu selbstironiefähig ist, hat ja auch nichts verloren. Dann erzähl mir doch mal, um welche Band ging es denn, als ich hier reinmarschiert bin vorhin? Wir hatten am Anfang Prodigy besprochen. Ja, danke. Das war, ich habe schon sowas vermutet. Oder ich hatte auch Massive Attack erst so ein bisschen im Verdacht. Das passt von der Beschreibung auch ein wenig. Oh, Massive Attack, super. Massive Attack ist ja eigentlich typisch für Tripop. Genau. Ich habe auch letztens, Teardrop lief letztens auch bei mir im Autoradio und da habe ich gedacht, das zieht mich irgendwie runter. Ich habe dann weitergemacht. Das war mir zu depressiv. Sag einmal, es gibt doch so Alben, die sind so typische Pop-Alben, oder? Also Pop, ich meine jetzt eher im zwischenmenschlichen Sinne. Und da gehört doch dieses Massive Attack, Massive Attack absolut dazu, oder? Auf eine Weise schon, aber sie haben halt auch Trip-Hop-Beats und Hip-Hop-Beats da drin, sozusagen. Das macht sie dann wieder ein bisschen eigenständiger. Also es ist nicht so reiner Pop. Na, ich meine, also Alben, die man zum Poppen hört. Ja, natürlich, klar. Pop-Pop sozusagen. Zum Poppen. Pop-Pop, ja. Zum Poppen, eindeutig, zweideutig hier. Also dafür habe ich immer meine Kuschelrock gehabt, Entschuldigung. What? Ja, natürlich. Oder ich kann Lorina McKennett empfehlen. Irisches Gesänge. Irisches Gesänge, auch sehr gut. Echt, damit ja alles grün. Das ist aber schlecht, ich weiß. Ich glaube, mein erstes Mal habe ich mit, da habe ich tatsächlich die Kuschelrock reingetan. Und ich glaube, da war, I've been waiting for a girl like you, war glaube ich das Lied, als es dann wirklich losging. Und guck mal, so einen Scheiß weiß man dann irgendwann noch. Ja, wenn du... Oh, ich habe auch was... Ja, wenn du bestimmte Musik mit einer angenehmen Erfahrung verbindest, dann bleibt da natürlich was hängen. Ich hoffe nicht, dass da was hängen blieb bei ihr, aber sonst war gut. War gut. Naja, auch nicht so richtig. Also das Niveau ist jetzt schon ziemlich unten. Ja, aber ich bin ja auch mit dabei, also freut euch. Käpt'n Niveau, wir sinken. Käpt'n Niveau, wir sinken. Das Schiff ist schon untergegangen. Das Niveau hängt durch. Genau. Niveau, wo bist du? Niveau ist keine Handcreme. Genau, Niveau ist nicht die blaue Dose, ne? Wie hieß du nochmal dieses Chris Isaac Lied? Chris Isaac hat auch solche Lieder gemacht. Wicked Game. Ja, Wicked Game. Ja, Wicked Game. Blue Hotel. Ja, Wicked Game. Ja, Blue Hotel. Genau, das war auch so ein Album. Das finde ich ziemlich gut. Und das kann ich auch heute noch super gut hören. Das ist zwar auch einschläfernd, aber wenn ich dann immer dieses Video im Kopf ablaufen sehe, wo die grünäugige Helene Christensen ihn ankuschelt, denke ich, alter, blöder Penner. Ich will Helene Christensen auch kuscheln. Diese Stimme von ihm ist auch so krass, also wirklich gut. Ja, das ist so Schlafzimmer. Oh ja, das ist auch ziemlich geil. Baby did a bad, bad thing. Das ist wirklich sehr amerikanisch, wie ich fand. Das ist vielleicht das Amerikanischste, was ich in meinem Leben gehört habe. Vielleicht neben Whitney Houston. Ja, und was natürlich auch immer ein bisschen melancholisch rüberkommt, aber Portis Head muss ich halt auch immer erwähnen. Portis Head ist auch. Oh, Glory Hole. Wie heißt das? Ja. Und Dummy. Genau. Das ist auch voll die Schlafzimmermusik, das Stimmen. Portis Head ist der Hammer. Und die Stimme ist cool. Also ganz ehrlich, das sind so echt geile Frauenstimmen. Die hat auch ein Soloalbum mal gemacht, 2007 oder so. Was sie in so einem, keine Ahnung, irgendwie auf dem Bauernhof irgendwie aufgenommen hat. Irgendwie ganz, ganz schräg. Und hat also wirklich eine unglaubliche Stimme, die Frau. Ja, und ich überlege gerade, wie die andere heißt. Die Kleine, die es auch noch gibt, neben Portis Head. Auch eine Band mit einer kleinen Sängerin. Fällt mir gleich ein. Also mir fällt als Vergleich so ein bisschen tricky ein, aber die haben ja verschiedene Sängerinnen gehabt. Die haben ja immer die Sängerinnen ausgetauscht. Genau. Wen ich auch früher absolut scheußlich fand, die ich jetzt heiß finde, ist Garbage. Frau Manson. Heißt du nicht sogar? Marilyn Manson? Also Müll hat es angetan. Das ist die doch. Kann das sein, Robin? Bitte was? Müll hat es dir angetan irgendwie so. Insgesamt. Müll? Müllmusik? Ach, was ich für scheiße. Nee, nee, nicht nur Müllmusik. Bei ihm geht es nur um die Frauen. Du meinst, weil ich meine Verpackung aus dem Müll geholt habe, damit ich euch zeigen konnte, damit ich das nicht nochmal extra kaufen musste und dann nochmal gegessen hätte. Genau. Du hast eben schon, wenn im Video eine hübsche Frau rumläuft. Nee, das stimmt nicht. Ich bin aber tatsächlich getriggert worden von, also zum Beispiel auch, was ich als Song furchtbar langweilig finde, ist George Michael mit Freedom, aber beim Video sind einfach zehn Traumfrauen im Video mit drin. Das sind ja alles Supermodels in dem Film. Ja, klar. Aber ich finde die Musik auch nicht, also den Song finde ich auch cool, tatsächlich. Nee, den kann ich auch nicht mehr hören. Der ist einer der erfolgreichsten und meistverdienenden Musikproduzenten gewesen damals, ne? Aber ich kann jetzt momentan hier Wham überhaupt nicht mehr hören mit Wild Christmas. Ich hasse das. Mir kommt es echt hoch, wenn ich das höre. Ja, weil du weißt, dass das um... Es ist Last Christmas. Wild Christmas ist die amerikanische Version. Nee, genau, das ist, äh, ja. Also ich kann es einfach nicht mehr hören. Guck mal, ich vergesse die Texte sogar schon, weil ich, äh, schließe mich dagegen aus. Also ich möchte... Wer ist dieser Last Christmas? Die singen immer über Last Christmas. Last Christmas. Ja, das ist ja so als Santa Christmas. Ich bin an der Schmerzgrenze, wirklich, ja. Nee, vor allem das ist halt so 80er-Pop-Gedudel irgendwie so. Das ist schlimm. Was bei mir auf der anderen Seite von Portishead war, war Moloko. Das war auch cool. Sing it back. Oh ja. Haben wir genau den richtigen Geschmack auch bei mir. Mal Schieber hat es ja auch noch gegeben. Wie heißt der noch? Die Sängerin von Moloko. Ist auch sehr geil. Von Moloko. Der hat doch einen irischen Namen, oder sowas? Schierbe? Nein. Ich weiß, aber mir kommt jetzt der Name. Rosam Murphy? Rosen Murphy, genau. Genau. Ah, und Robin, meintest du mit der Kleinen, die Björk? Nee, die sowieso. Die hat einen Platz in meinem Herzen. Da kommt sie auch niemals raus. Sag mal, ich glaube, hier bin ich ja doch genau richtig. Kennt ihr das Video von Björk? Der Vater von Björk ist Radio-Fernsehelektroniker. Ja. Wie sie den Fernseher erklärt. So genial. Das muss irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Hat sie ein Interview in Reykjavik gegeben mit einem Radiosender da. Und glaube ich schon in Englisch. Und sie erklärt, wie ein Fernseher funktioniert. Das ist so geil. Und sie sagt dann, ja, diese, also sie sagt nicht Kondensatoren, aber sie sagt dann, ja, und das sind kleine Häuser und Straßen und so. Das ist so süß. Ja. Und ich weiß nicht, aber ist der Fernseher eingesteckt? Die greift da ziemlich wild herum. Und da ist ja auch immer noch so Restspannung drin in so einem Fernseher. Ja, ordentlich Restspannung. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war tatsächlich etwas, wo ich sage, dass es muss aufbewahrt werden für die nächsten 500 Jahre. Wenn du einen Künstler hast, der sowas am Anfang, so ein ungelenktes Interview gibt. Wahnsinn. Ja, toll, ne? Weil sie dann zeigt, wie viel Nerd sie eigentlich ist. Ja, und da geht sie natürlich in die Herzen von vielen. Ja. Nein, Glück, lass dir kein Herz hier rüber. Hihi. Wie heißt sie denn noch? Ja, super. Also ist aber auf jeden Fall genial, dass sie mich hier gerade total ablenkt, weil ich bin nämlich eigentlich, laufe ich auf dem Zahnfleisch und bibber von oben bis unten, weil ich morgen eine Prüfung habe und ich komme gar nicht klar und deswegen ist das hier eine willkommene Ablenkung für mich. Da kann ich mal echt an was anderes denken eine Weile. Du machst morgen deinen Fahrradschein, meinst du? Mein Fahrradschein, genau, ja. Schwarzen Gürtel im Aikido. Super. Das ist sehr, 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 sehr schwierig, also weil es einfach so viel ist, also ich mache das ja schon lange, über zehn Jahre oder so und ich kann das eigentlich alles, aber es ist halt so viel Scheiß auswendig zu lernen und es muss so technisch genau sein, der Fuß muss genau da stehen und genau so und genau so und ich, wie gesagt, ich laufe auf dem Zahnfleisch, bin echt am Zittern. Du solltest vielleicht noch ein bisschen Last Ninja zocken, dann wird's schon. Oder White Christmas gucken. Wegen der Steuerung, ne? Ja. Oh Mann. Wahnsinn, ich kann doch nicht das gehen. Ich muss den Stop drücken und dann rückwärts gehen. Wenn du das meisterst, dann wirst du auch dann die Prüfung meistern. Aber nicht den Rasenbetreten verboten. Und welcher Teil war so verbuggt? Der dritte Teil, äh. Da war doch ein Teil, der war doch so unspielbar. Wenn du es schaffst, bei Last Ninja auf das kleine Boot zu springen, dann schaffst du auch deine Prüfung. Ja, das kleine Boot. Wer das schafft, der schafft alles. Ne, was war der Teil mit dem Loch? Ne, das war der zweite. Oder der dritte. Ich hoffe, den nehme ich gar nicht mehr. Aber irgendein Teil, der war doch total verbuggt. Ich glaube, das war der dritte. Ja, das kann sein. Das war auch egal, irgendeine Amiga-Version, glaube ich. Ja, das kann sein. Oder wo dann plötzlich die 1060-Version anders war wie die Amiga-Version. Wo dann teilweise mehr Levels, also die Levels waren länger, waren. Also das war echt krass. Oder es gab Gegenstände bei der Amiga-Version, die keinen Sinn gemacht hatten, weil die Rätsel haben gefehlt. Ja, es war doch irgendwie sowas, dass isometrisch ging auf dem C64 gut und auf dem Amiga war das voll umständlich, das so zu programmieren oder so. Ja, oder du bist dann irgendwie dreifelder nach rechts gegangen und kamst dann oben raus. Oh Mann, das war aber lustig damals. Ja, auf dem Spektrum ging es isometrisch auch gut. Ich weiß auch nicht. Das war auf diesen alten Computern gut. Ich weiß auch nicht. Eigentlich, im Nachhinein war das Spiel ja auch total verbuggt und wir haben es trotzdem alle irgendwie gut gefunden. So von der Stimmung her und wir hatten echt riesen Spaß. Also ich nicht. Ich habe das nie gut gefunden. Auch damals nicht. Ganz ehrlich, ich fand das auch damals schon grottenhässlich einfach. Also zumindest. Die C64-Version war doch schön. Keine Ahnung, ich habe es auf dem Amiga gespielt. Amiga habe ich nie gespielt. Also Amiga, ich glaube ich habe es mal angetestet, aber Amiga war irgendwie, das hat keinen Spaß gemacht so richtig. Ich weiß nicht. Also die C64-Version war schon cooler irgendwie. Und man darf auch nicht vergessen, auf dem 8-Beta, da ist es natürlich deutlich, also da muss man halt mehr technisches Know-how da reinstecken, um sowas Geiles rauszubekommen als auf dem Amiga. Auf dem Amiga war das dann halt irgendwie alles selbstverständlich, so die Grafik, so fand ich ja. Das war auch portiert, glaube ich. Die haben für den Amiga einfach die C64-Grafik genommen und noch ein bisschen dazugezeichnet. Das sah echt schlecht aus. Die sah halt ja nicht wirklich sehr gut aus. Ja, weil theoretisch hätte der Amiga das ja sogar besser machen können. Aber sie haben, glaube ich auch, wie du sagst, das einfach nur so portiert, ohne da wirklich prinzipiell was zu ändern. Weil du hast ja auf dem Amiga die verschiedenen Bitplanes und das ist ja für Sachen, die irgendwie hintereinander sind, eigentlich besser geeignet. Denke ich mir immer so in meinem ... Ja, also theoretisch hätte man das alles viel besser machen können. Und auch die Musik. Ich meine, die Musik, die war halt so lieblos da runter gemoddet irgendwie. Und das, auf dem C64 war es halt nur geil. Und auf dem Amiga wurde das halt verkorkst. Das ist überhaupt immer so in der Frühzeit von Computern, dass erst mal Sachen von anderen Computern portiert werden. Also zum Beispiel auch die frühen C64-Spiele, ist mir auch jetzt erst klar geworden, waren ja alles eigentlich Portierungen von Apple II und Atari-Spielen. Und Spektrum. Zum Beispiel Jumpman und Ford Apocalypse und so, das war, glaube ich, alles, fast alles von diesen Spielen war zuerst auf diesen früheren Computern und Konsolen, Apple II und Atari. Und beim Amiga, ganz am Anfang, wurden auch viele C64-Spiele so eins zu eins, äh, nicht eins zu eins, aber relativ schlecht so portiert. Das ist witzig. Und erst später wird dann die Hardware voll ausgenutzt von dem neuen Gerät. Und weil es vom Amiga dann keinen Nachfolger mehr gab, gibt's dann natürlich auch nix, was diese Amiga-Sachen dann weiterführt in irgendeiner Form. Also so richtig. Das stimmt, ja, eigentlich gar nicht. Außer PC halt. PC kam ja dann, aber ... Genau, aber der konnte sich dann nur für sich selbst weiterentwickeln, so. Aber es gab auf dem PC am Anfang ja auch ein paar schlechte Portierungen von Amiga-Spielen, ne? Ich glaub, es gab viele Amiga-Spieler auch für den PC, die waren dann aber oft schlechter. Bis der sozusagen sein eigenes Leben gefunden hat. Also erst mal gab's viele C64-Umsetzungen, also gerade so die 87, 800, oder vielleicht sogar 86er schon, halt viel auf CGA. Es gibt halt so eine Umsetzung von Gremlins, die sieht einfach absolut bescheiden aus. Also mit Abstand der schlechteste Homecomputer optisch. Und erst mit EGA, also so 87, wo das da ein bisschen genug Leute hatten, erst dann, wo das ... Genau, der Amiga war halt durch deine ganzen Custom-Chips, war ja irgendwie auf eine gewisse Weise, hatte er mehr Rechenpower als andere. Und das hat eine Weile gedauert, bis der PC mit reiner Megahertz-Zahl dann da aufkommt. Genau, der hat's einfach plattgewalzt mit, äh, irgendwann mit 16 Megahertz, dann fing's halt an auf dem PC. Und auch, weil die Rechen, der ja auch anders gerechnet hat als ein 68.000er. Genau, du konntest locker eigentlich auch noch PCs bis 100 Megahertz wahrscheinlich noch so halbwegs mithalten, oder so, denk ich mal, auf eine gewisse Weise. Aber dann haben die Grafikkarten dann auch zugelegt auf dem PC und haben dann den Prozessor entlastet und so eine Sache. Und irgendwann ging's einfach nicht mehr weiter für den Amiga. Ja, das denk ich auch, als der PC so bei 100 Megahertz angelangt war, da hat er den Amiga echt überholt. Das war so ungefähr die Zeit. Ich glaub, das war schon vorher, das war mit dem DX266. 486 DX266 Megahertz, das war so der Punkt, find ich. Ja, der Sprung auf die 33 Megahertz PCA oder FSB, also Frontside-Bus, der hat extrem was gebracht. Und der 486 DX266 hat ja auch einen ziemlich schnellen Co-Prozessor. Ich glaube, das war's dann irgendwann, das hat's dann halt einfach, das hat den Amiga irgendwann gerissen, das ging da nicht mehr. Ja, da haben die Amiga noch eine Zeit lang geheult und haben gesagt, nee, der 6860 mit 50 Megahertz, der ist schneller als ein 200 Megahertz, aber den konnte sich ja eh keiner leisten. Ich hatte einen. Ja, aber es war dann halt irgendwann bei der PC so schnell, dass man diese Custom-Chips gar nicht mehr brauchte, weil du konntest alles in der CPU berechnen, die ganze Grafik. Und es war trotzdem schneller als ein Amiga mit all seinen Custom-Chips. Ja, klar. Das war halt so dann der Hammer, ja. Ach, schade, schade, was? Wenn sie da weitergemacht hätten und noch bessere Custom-Chips und dieses ganze Multi-Dingsbums da irgendwie so fortgeführt hätten, auf eine Weise irgendwann die ganzen Custom-Chips auf Karten ausgelagert oder irgendwas sowas. Die hätten eigentlich schon früher anfangen müssen mit anderen Prozessoren. Die hätten damals zum Beispiel den Amiga 2000 vielleicht schon mit dem 6820 rausbringen müssen. Ja, klar müssen. Und der 1200er war auch viel zu langsam. Ja, der war auch viel zu spät. Der hätte eigentlich schon 6830 haben müssen, ja, so als Consumer-Produkt, weil der Amiga 3000 war ja eigentlich eher schon, der war ein, zwei Jahre vorher, oder? Als der 1200er oder ein paar Jahre vorher. So, und man hätte eigentlich die Technik aus dem 3000er in den 1200er packen müssen mit AGA. Richtig. Bitte? Ja, und dann hätte sich dann auch dickere Prozessoren auf dem Amiga auch eher durchgesetzt. Aber es konnte halt nicht sein, dass man halt irgendwie noch Anfang der 90er, also 92, 93, erwartet hat, ein Spiel auf dem Standard Amiga 500 vielleicht mit, gut, mit einem Megabyte, ja, zu zocken. Also das ist eigentlich nicht zeitgemäß gewesen. Ja, da gab's auch, während der noch irgendwie produziert wurde, gab's auch nie vernünftige Festplattenunterstützung. Das war zeitlebens so ein Disketten-Computer. Ja, gut, der Amiga 600 hatte das, aber mit den gleichen Prozessoren wie der Amiga 500. Und wann kam der 600? Der kam irgendwie auch fünf Jahre später irgendwann. Ja. Aber auch das Festzeiten an Motorola. Da kam glaube ich auch in 92. Auch zwei Jahre später. Genau. Aber im Nachhinein kann man's natürlich immer leicht sagen, so. Das haben die damals ja auch nicht so gesehen, aber Motorola war schon voll auf dem absteigenden Ast damals. Ja, Motorola war irgendwie ein Fehlgriff dann irgendwann. Aber Apple hat ja auch lange an Motorola festgehalten, aber das war ja auch deren Problem dann eine Zeit lang, ne, mit den Power-Macs und mit den Macs. Die haben dann auf die Power-PCs dann umgeschwenkt. Dann irgendwann Power-PC, das stimmt, ja, das war ja auch eine Zeit lang, ging's ja auch. Aber das war Power-PC nicht auch von Motorola? Nee, das war IBM, ne? Ja, IBM, ja. IBM und Motorola, oder? War das nicht Motorola, oder? War das nicht Motorola? Zusammen vielleicht. Ja, ja gut. Ja gut, das hätte schon gegangen. Es gab ja auch diese neuen Amiga-Modelle dann irgendwann mit Power-PC, aber da gab's ja dann gar keine Spiele mehr für. Und der Witz war ja, dass eigentlich der Power-PC in gewisser Weise ja auch irgendwie die Zukunft war. Also, ähm, es war ja ein RISC-CPU und, ähm, ja, und, bitte? Für eine Zeit lang war's die Zukunft, ja. Ja, Moment, und jetzt haben wir, äh, also zumindest in der Apple-Welt ist jetzt wieder RISC hat sich durchgesetzt. Ja, stimmt. Durch die ARM-Prozessoren, die sie jetzt selber herstellen, ist es tatsächlich wieder zurückgekehrt. Ja. Die Einzigen, die jetzt arm werden, sind die Leute, die Apples kaufen. Also, ich bin mit meinem Arm zufrieden. Rechts oder links? Lieber Arm dran als Arm ab, wa? Ja. Also, so von der Leistung her finde ich den echt, äh, schon ziemlich geil. Vor allem halt auch die Geräuschentwicklung, das ist halt, äh, das Beste. Und ich glaube, ich kann mir nie wieder einen Rechner kaufen, der laut ist. Das geht einfach nicht mehr. Also, von der Effizienz her sind die natürlich Welten schon weiter. Und dass sie teilweise halt auch irgendwie, äh, auch normale PC-Grafikkarten einfach mal so, äh, mit berechnen, so, das ist halt auch krank. Ja, das kommt immer halt durch die schöne Apple-Welt. Wir machen einfach einen Cut und die Leute kommen trotzdem mit. Wenn das auf dem PC passieren würde, dann würden wahrscheinlich alle Amok laufen. Wieso läuft denn da mal eine 25 Jahre alte Software nicht mehr drauf? Ja, man muss doch die 640-Kilobyte-Grenze beachten. Genau, und wir müssen nur noch irgendwie 16-Bit-abwärtskompatibel bleiben. Und Apple sagt, ey, was? 32-Bit? Nein, alles 64-Bit. Und mit einmal rasiert und, äh, jetzt können wir, jetzt können wir neu anfangen. Was hatten wir dann als Möglichkeiten? Genau, und dann wird das andere mit einer Emulation halt eine Weile mitgeschleppt. Und da geben sie sich halt viel Mühe mit ihrem Rosetta-Zeug. Aber, ja, und deswegen funktioniert das dann da auch. Das ist ja auch unglaublich. Das war das letzte System, was noch 32-Bit, glaube ich, unterstützt. Und danach funktioniert schon wieder einiges nicht mehr. Darum habe ich auf zwei, also ich habe ja ganz viele Macs in der Arbeit und zu Hause, also Laptop und stationär. Und auf zwei Geräten jeweils habe ich noch Mochafe. Sind das 64-Bit-Geräte oder sowas? Weil du kannst die auch mit dem Open-Core-Patcher kannst du auch auf älteren Geräten neue Versionen drauf machen. Also ich habe auch einige Macs, unter anderem, ja, auch von 2013 oder sowas. Da habe ich dann aktuelle Betriebssysteme drauf. Also auf meinem alten MacBook von 2013, da habe ich eben das Mochafe. Und jetzt habe ich eben so ein M1. Also du kannst auf deinem alten von 2013 kannst du auch ein aktuelles drauf machen. Genau, aber da lasse ich das drauf, weil da läuft dann noch so ein bisschen so alter Photoshop-Kram, bevor es die Cloud geworden ist. Und dieser floppy Kryoflux-Dingens läuft da auch noch. Also das ist natürlich ein Grund, genau. Weil ich habe nämlich auch einige Software, die vermisse ich leider, weil die kann ich jetzt auch nicht mehr irgendwie über VMs, ja, da laufen lassen. Und deswegen habe ich auch noch meinen alten Mac, wo ich ja den Akku ausgetauscht habe. Der liegt auch noch hier rum. Und den behalte ich auch erstmal, weil da kann ich ja dann halt auch noch dann die alten Intel-Sachen dann, äh, die alten Intel-VMs kann ich dann auch nutzen. Weil die kann ich leider auf dem neuen Mac nicht so starten. Die muss ich dann halt neu aufsetzen. Da habe ich dann halt auch nicht unbedingt Bock drauf. Ja, es ist so blöd, dass man immer diesen Spagat machen muss, weil auf der einen Seite geht es mit den Betriebssystemen immer voran. Und auf der anderen Seite, also ich habe jetzt zum Beispiel im Slack, was wir in Kooperation mit so Kunden und so weiter und Kooperationspartnern nutzen, da steht jetzt auch auf meinem Mojave-Macs, und das ist ja kein super altes System, ja, ab März wird das schon nicht mehr unterstützt. Und schauen Sie, dass Sie halt updaten auf ein zeitgemäßes Betriebssystem. Da denke ich mir immer, ach, was soll dieser künstliche Druck? Das ärgert mich halt schon ziemlich. Ja, ich finde es halt auch eine Sicherheitsissue, weil die dann irgendwann nicht mehr geupdatet werden, dann ist mir das auch etwas zu riskant bei Elternbetriebssystemen. Die Apple-Betriebssysteme werden ja noch bis zu einem gewissen Alter dann noch gepflegt. Also so, ich glaube, drei, vier Versionen oder sowas älter. Das wird ja noch upgedatet, aber Mojave, das ist ja, glaube ich, dann auch schon, ja, out of Service. Wie ist denn das? Bei Windows schleppen die immer noch die 32-Bit-Emulationsgeschichte mit sich rum, also diese ganze ... Ja, ich kann tatsächlich noch ... Das ist natürlich auf der einen Seite schön, dass es geht, auf der anderen Seite ist das natürlich immer ein Problem, weil du kannst natürlich ... Du bist vielleicht an anderen Seiten noch angreifbar, wo vielleicht ein Virus gar nicht mehr laufen würde, weil er vielleicht in 16-Bit-32-Bit-Sachen rumfuscht. Also sie haben praktisch alle Betriebssystem-Libraries in zwei Versionen vorliegen bei Windows. Einmal 32-Bit und einmal 64-Bit, ne? Irgendwie so muss es ja sein. Also du hast alles doppelt dann. Ja. Ja, und im Prinzip alles bis, ich sag jetzt mal, Windows XP könnte theoretisch funktionieren, aber es ist halt auch nur noch ein Könnte, weil viele XP-Spiele halt nicht mehr laufen, weil die natürlich Hardware-nahe Treiber brauchen und die Treiber gehen ja nicht mehr, weil die Hardware ja gar nicht mehr XP-Fähigkeiten hat. Oder sie umgehen sogar den ganzen Kram und gehen direkt auf die Hardware. Das geht dann auch meistens schief. Das ist schon erstaunlich, was noch läuft. Zum Beispiel kannst du das alte Outrun 2 Coast-to-Coast von Windows XP jetzt noch auf Windows 10 installieren und es funktioniert. Also es ist schon unglaublich. Ja, das sind die Sachen, wo die Installer so lustig aussehen. Genau, wo du merkst, oh, die Kästchen sehen so richtig scheiße halt aus. Oh, wie klein kann Schrift sein. Ich hab zum Beispiel ein Programm, da kann man so ähnlich wie bei Winra Dateien in viele Teile teilen. Das hab ich früher gebraucht, um ein paar E-Mail-Kunden Blöcke sozusagen zu schicken, die sich mit den Ansippern nicht auskennen. Und das Programm ist, glaube ich, von 98. Und das funktioniert noch. Das ist so krass. Na klar, ich kann immer noch Grand Prix Legends spielen. Ja, stimmt. Da gab's ja auch einige Patches und Fixes für irgendwelche schnellen 32-Bit-Sachen, wo es dann eine Zeit lang nicht ging. Aber die Community entwickelt das ja alles immer noch weiter. Also es ist ja inzwischen kaum noch Original-Code da drin. Das ist echt erstaunlich. Ja, und auch andere Sachen, auch Anwenderprogramme, so AutoCAD, alte Versionen und so, das funktioniert halt alles noch unter Windows. Also es ist schon erstaunlich. Wenn sich die Programmierer an die ganzen Konventionen gehalten haben und schön auf der Betriebssystem-API programmiert haben, dann geht das tatsächlich immer noch, ja. Aber du hast ja natürlich bei Windows auch null Sicherheit. Also ich glaube, diese ganzen Patches, ob das dann noch funktioniert, also so was, so Browser-Patches und so, wenn du natürlich dann irgendwie eine alte Version vom Browser oder eine 32-Bit-Version benutzt oder ich weiß nicht genau, aber irgendwie, ich glaube nicht, dass die diese ganze 32-Bit-Ebene des Betriebssystems noch so mit Updates füttern, wie die moderne 64-Bit-Layer-Ebene. Aber die ist natürlich, die 32-Bit ist natürlich Steinzeit und wahrscheinlich ziemlich ausgereift. Also es sei denn, du hast mal wieder so gravierende Fehler, wo sie dann in irgendeinem Sicherheitszertifikat vom, was war das, TCP-IP oder IPX, wo hatten sie da letztens diesen, oder letztens vor Jahren, auch mal diesen Riesenfehler gefunden, wo man den kompletten Computer angreifen konnte, einfach nur durch diesen ... War das im Cache oder so, ne? War das TCP-IP? Ach, da fällt mir was ein. Habt ihr das Video von Linus gesehen, wo die so offenlegen, was beim Windows-Sleep-Modus alles kaputt ist? Das war ja mal cool, das gab's gerade auf YouTube. Und zwar hat Windows irgendwie voll den Bug mit Laptops, die in den Schlafmodus gehen. Die werden dann im Rucksack der ... Also du machst den dann so abends zu und willst ihn morgens mit in die Uni nehmen und so. Und dann wird dein Laptop unglaublich heiß und hat alle seine Batterie über Nacht verbraucht, weil dieser Standby-Modus nicht mehr richtig funktioniert. Wobei, ist das Windows oder sind's wieder die Treiber? Wahrscheinlich wieder irgendwelche Mainboard-Treiber, die nicht kooperieren. Das ist ... Es ist eine Kombination. Die haben gesagt, die BIOS-Hersteller, die wollen diese alten Standby-Schlafmodi nicht mehr unterstützen. Die unterstützen oft jetzt nur noch den allerneuesten Standard, das heißt Windows Modern Standby oder so. Und dieses Modern Standby ist aber in Windows noch total fehlerhaft irgendwie, wie das unterstützt ist. Aber da das BIOS dann nur das unterstützt, dann geht auch nichts anderes mehr. Und dann muss das halt, wenn es in den Schlafmodus geht, über diesen Modern Standby-Modus gehen. Und das Problem ist, wenn du den Laptop eingesteckt hast und dann in den Schlafmodus wechselst, also die Klappe, den Laptop zumachst und ihn dann in deinen Rucksack packst, dann denkt der, obwohl du ihn abgesteckt hast vom Strom, er ist immer noch am Strom und lädt dann über Nacht irgendwelche Updates runter und macht diese ganzen Hintergrundaktivitäten und verbraucht sozusagen seine eigene Batterie komplett, obwohl er eigentlich im Schlafmodus sein sollte. Und bei diesem Video von Linus Tor ... Nicht Linus, wie heißt er? Nicht Linus Torvalds, Linus ... Linus Torvalds ist der von Linus, genau. Linus Tech-Tipps. LTT, diese komische Linus Tech-Tipps, die haben das da so ganz rudimentär getestet und meinten, der Trick wäre, um diesen Fehler zu umgehen, sollte man seinen Windows-Laptop, bevor man ihn zumacht, vom Strom trennen. Sodass er also vorm Zumachen schon weiß, oh, ich bin nicht mehr am Strom. Und dann passiert es nicht. Aber wenn du ihn zumachst, während er am Strom ist, dann merkt er das später nicht, wenn du dann den Strom absteckst und denkt, er ist immer noch weiterhin am Strom. Voll der komische Fehler. Und in den Kommentaren bei YouTube hat dann tatsächlich ein Ingenieur von Microsoft sich gemeldet und gemeint, oh, ihr habt recht, das ist wirklich der Fehler. Und ich hab das mal weitergeleitet. Der meinte selber, ich arbeite zwar als Ingenieur bei Microsoft, aber nicht an diesem Standby-Modus. Aber ich hab das mal an die Entwickler weitergeleitet. Und hoffentlich wird's jetzt gefixt. Aber die meinten, der Fehler ist schon seit drei Jahren, gibt's diesen Fehler schon, mit diesem modernen Standby. Ja, hat halt zufällig keiner, der bei Microsoft arbeitet, jemals den Laptop zugemacht und dann das Kabel abgezogen. Und deswegen hat das nie jemand gemacht. Ja, irgendwie so. Die haben da halt nie dran gedacht, dass das vielleicht ein Problem ist. Ich frag mich auch, ob die ganzen Leute, also die Entwickler und Ingenieure, die auch mal die Geräte mit nach Hause nehmen zum Testen. Ja, klar. Aber es kommt mir scheinbar nicht so vor, weil auch gerade jetzt auch bei so ... Die Zeiträume sind immer das Problem. Wie lange dauert es, eine Software zu bestellen? Keine Ahnung, stell dir vor, jemand baut dir ein Haus und sagt dir nach ... Da wird gerade Stein auf Stein gesetzt und jemand sagt, sag mal, überprüf mal bitte, wie das Dach so, ob das dicht ist. Und dann geht er hin und sagt, Entschuldigung, das Dach ist doch noch gar nicht da. Und ähnlich ist es beim Betriebssystem. Das, was du nach drei Jahren zum Testen bekommst, ist ja wahrscheinlich nur noch zur Hälfte das, was nach vier oder fünf Jahren rauskommt. Also das ist ... Da muss ja nur ein Hardware-Hersteller vom Mainboard als Beispiel irgendwas neu an einen Treiber, an systemnahen Treiber machen, der dann kann so einen APO-Treiber oder so was oder so einen Treiber für den Sleep-Mode halt. Und der ändert dann fünf Zeilen und dann funktioniert das schon wieder mit der Windows-Version nicht. Also das ist, ich glaube, auch viel liegt da an den Hardware-Herstellern. Ganz einfach. Das kann man nicht immer nur auf Microsoft abschieben, so was. Ja, zu viele Köche verderben den Brei. Das ist einfach so. Es ist nicht alles aus einer Hand. Die Philosophie beim Windows-Modern-Stand, dass sich der ein Laptop mit Windows eher verhalten sollte wie ein Telefon. Das heißt, selbst wenn du ihn im Schlafmodus hast, haben die sich gedacht, der sollte noch essentielle Updates dann auch noch runterladen können, obwohl er eigentlich im Schlafmodus ist. Und dieses ganze Modern-Stand-By, die Idee ist schon ulkig, nur es muss halt dann auch perfekt umgesetzt werden, weil gerade mit diesem Schlafmodus, wenn man das falsch macht, dann hat man echt ein Problem, weil dann Millionen von Studenten und so, die sich halt diese Laptops kaufen, sind da total frustriert, wenn sie morgens halt an die Uni gehen und ihr Laptop, die Batterie ist bei null Prozent, weil er sich halt über Nacht im Schlafmodus entladen hat. Also, naja, egal. Witzig ist es auf jeden Fall. Aber Apple ist von solchen Problemen auch nicht gefeit. Also da gab es auch schon öfter mal Probleme bei Apple. Das gibt es auch auf Desktop-PCs. Bei mir funktioniert seit ungefähr einem Jahr der Schlafmodus einfach gar nicht mehr. Wenn ich den in den Schlafmodus schicke, dann macht er einfach einen Neustart und ist wieder beim Windows-Login. Bei Linux gab es da auch oft Probleme. Ja, bei Linux auch. AMD-Problem. AMD-Problem sagst du? AMD-Grafikkarte hast du doch. Da musst du einmal... Hast du auch einen AMD-Prozessor? Nee. Ich habe ihn geblieben. Okay, manchmal ist es nämlich ein Problem, dass du den systemnahen Treiber einmal aktualisieren musst. Also bei AMD ist das sowieso ein Problem, weil das sind ja Ingenieure. Die sind dann ja so ein... Die sagen, na, das fixen wir mit der nächsten Version. Und jemand, der zu dem Zeitpunkt einen Computer installiert hat, wird wahrscheinlich nicht von selbst die systemnahen AMD-Mainboard-Treiber oder Chipsatz-Treiber einmal installieren. Bei moderner Hardware solltest du das auch alle halbe Jahr mal gucken, ob es, wenn du ein Problem hast, sowieso... Mach ich aber regelmäßig schon, dass ich alle Treiber überprüfe und da Updates mache. Aber da ist irgendwo was mal schiefgegangen und ich kriege den Fehler nicht mehr raus. Vielleicht ist es auch nur irgendeine bescheuerte BIOS-Einstellung oder so, aber ich weiß nicht was, was ich da gemacht habe. Es geht einfach nicht mehr. Egal welchen Sleep-Modus ich im BIOS einstelle oder so, funktioniert einfach nicht. Geht nicht. Und ich kann halt auch nicht normal Windows runterfahren. Also wenn ich Windows runterfahren mache, macht er das Gleiche. Er macht einfach nur einen Neustart und ist wieder beim Windows-Login. Also ich muss den Computer mit dem Netzschalter ausschalten. Anders geht es nicht. Aber ansonsten läuft er perfekt. Das ist halt ein bisschen der Vorteil von Apple. Da ist halt die Hardware immer bekannt. Genau. Ja. Zeit mit Spielekonsole. Ohne Spiele. Genau. Aber es gibt Spiele. Wobei, es ist ja auch lustig, wenn du jetzt mit diesem Open-Core-Patcher alte Rechner mit neuen Betriebsthemen patchst, da sind ja teilweise auch die Treiber für die Grafikkarten nicht vorhanden. Und die müssen halt dann nachgepatcht werden. Und ja, das ist dann halt schon manchmal ganz witzig. Aber das geht halt ohne Probleme. Also Apple übernimmt halt ältere Grafikkartentreiber nicht mehr in die neuen Betriebsthemen mit rein. Ja, weil die machen wirklich den Cut halt, ne? Ja, klar. Aber das Ganze ist halt, also die wollen halt, dass man neue Rechner kauft, ja, und dass die Kunden denken, dass die Rechner einfach zu alt sind und die nicht mehr unterstützen, aber das geht ohne Probleme. Und je nachdem, was du machst, kannst du auch locker mit einem 10 Jahren alten iMac wunderbar noch arbeiten. Also zum Surfen oder E-Mails schreiben und sowas. Da ist der vollkommen ausreichend. Ja, das ist, es kommt natürlich immer drauf an, was du machen willst. Das ist doch dasselbe mit den ganzen Lesegeräten für die Gesundheitskarten. Die müssen doch jetzt alle irgendwie von den Ärzten und so abgedatet werden. Das heißt, die müssen sich eine neue Box kaufen, obwohl die alte eigentlich nur ein Firmware-Update braucht. Und das haben sie nachgewiesen beim CCC auch, dass es damit einfach funktioniert. Aber nö, du musst, und die Regierung gibt da Millionen und Abermillionen aus, oder nicht nur die, sondern auch die ganzen Ärzte müssen ja teilweise selber das bezahlen und sich halt einfach neue Boxen anschaffen, weil die nicht abgedatet werden. Das ist einfach nicht vorgesehen. Da gab es ja große Skandale. Da habe ich ja, ich habe ja einen Kunden, der Arzt ist, und der erzählte mir, dass man sich da wohl monatelang gestritten hat darum, was für ein Sicherheitsstandard diese Box haben sollte. Weil eigentlich sollte das eine VPN-Verschlüsselung werden, die vor, wie hat sie das erzählt? Ne, nach dem Router. Ja, ich glaube, nach dem Router steckst du ein Gerät ein und das verschlüsselt sozusagen wie eine Hardware-VPN und verschickt die Daten dann zu der Zentrale, damit keiner an diese Daten rankommt. Und da haben sie ja schon irgendwie auch, CCC, Chaos Computer Club, hat dann irgendwie festgestellt, dass selbst diese Version, die sie da rausgebracht haben, sehr einfach zu hacken war. Und das war sozusagen wieder zig Millionen Investitionen, war wieder für den Mülleimer, weil das Gerät halt auch nicht das brachte, was sie wollten. Ja, da sind halt immer Lobbys am Werk und da sind immer Leute, die irgendwie sich die Taschen vollstopfen. Damit auftreten, die halt gegenseitig zugeschachert werden. Ja, ganz schrecklich. Ja. Dass man regelmäßig Logbuch-Netzpolitik hört, zum Beispiel den Podcast, der kann dann ein Lied von singen. Die reden ja seit zehn Jahren über nicht immer wieder die gleichen Sachen irgendwie. Ja, den höre ich auch ganz gerne. Gerade solche Projekte sollten eigentlich Open Source sein, wo eigentlich auch jeder in den Code reinschauen könnte und ja, wo dann jeder auch dann einsehen kann, wie die gesichert sind. Ja, aber nicht, wenn du damit Geld verdienst. Dann wirst du das natürlich geheim halten. Also Kapitalismus an sich ist halt das Problem. Leider. Ja, und das Schlimme ist halt, dass alles ohne Kapitalismus funktioniert auch nicht. Dass manchmal halt gerade bei diesen proprietären Standards, also diese Systeme, die dann aus Eigenentwicklung, also aus Firmentwicklung stammen, dass sie teilweise, wenn man mal einfach dahinter blicken kann, ja auch gar nicht solche hohen Sicherheitsstandards haben. Das ist halt auch das Problem. Ja, und das wollen die dann natürlich auch nicht zugeben. Klar, das ist ja ihr Geschäftsgeheimnis, das, womit sie Geld verdienen. Da darf dann natürlich keiner reingucken, weil dann würde es ja merken, was sie für einen Scheiß bauen einfach da, ne? Ja. Könnt ihr euch noch an diesen geilen 70er-Jahre, ich glaube, Lui de Finet erinnern, wo, ich glaube, mit so einer Einbrecherbande in Frankreich und irgendjemand hatte die besten Panzerglas-Scheiben, die es auf dem Markt gab und hat dann immer gesagt, ja, ihr könnt ja mal versuchen, bei uns einzubrechen. Und da musste der Firmenchef, musste dann immer zu diesem Kocher für das Glas gehen und hat dann gesagt, ja, ich bring jetzt das geheime, die geheime Zutat in das Glas, damit es stabiler ist. Er hat einfach reingespuckt, ne? Das ist auch so richtig, wo ihr das gerade sagt, musste ich mich dann leicht dran erinnern. Geil. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Film das war. Ich glaube, es war Lui de Finet. Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber genau das habe ich mich auch erinnert. Keiner durfte zu gucken und dann einfach so. Das ist bestimmt auch die Geheimzutat bei Coca-Cola oder so. Wie war das bei ... Das ist doch von Otto Walkes, ne? Der Smooth in der Kombüse verfeinert das Gemüse. Und dann so ein Bild, wo er da so reinpinkelt. Das kenne ich tatsächlich nicht, nein. Ist das nicht auch bei den Bierbrauereien früher immer so gewesen im Mittelalter, dass das darauf ankam, wie dreckig das Wasser ist, wo die gerade gebraut haben? Das hat eigentlich den Geschmack des Bieres bestimmt. Bei uns in Hamburg war es so, die Holzenbrauerei hat damals immer das würzigste Bier gemacht, wenn wir, wie war das, auflandige Flut hatten sozusagen, von der Elbe hochkam. Und dann gab es halt ein bisschen Salzwasser drin und die Scheiße ist wieder nach oben geschwommen. Oh Gott. Naja, im Prinzip killst du ja vieles davon, wenn du es halt gären lässt und dann kochst. Also es ist ja ... Bleibt ein bisschen was übrig. Ein bisschen Scheiße bleibt übrig, genau. So wie in der Adria Schwimmen, ne? Was war das noch? Man trifft immer alte Bekannte. Gerd Polt. Wie hieß denn dieser Film noch, wo sie in Urlaub gefahren sind? Man spricht Deutsch. Man spricht Deutsch. Oh ja. Das ist so furchtbar. Grausig. Ja, das Lieblingsurlaubsland von Österreichern und Deutschen. Ja. Wobei das inzwischen nicht mehr stimmt, ne? Das ist, glaube ich, Spanien geworden. Ja, stimmt. Ja, aber für die Österreicher ist bestimmt Italien noch, glaube ich, das Haupt ... Ihr habt ja keine Küste, also fahrt ihr natürlich gerne nach Italien. Ihr habt keine Küste mehr, Entschuldigung. Ja, klar. Ich hab auch noch was Retromäßiges, und zwar ist gerade heute, also am Freitag jetzt, 9. Dezember, ein neues C64-Spiel erschienen. Muddy Racers heißt das, so eine Art Supercast 2-ähnliches Spiel. Hab ich sogar tatsächlich irgendwie mitgekriegt, aber nicht weiter verfolgt. Cool. Ich hab's mir gerade gekauft, und es spielt sich lang nicht so cool wie Supercast 2, aber es macht schon Laune. Also man kann's bei Itch.io für, glaube ich, 6 Dollar kaufen oder 5 Dollar oder so. Witzig ist es schon. Interessanterweise, ich hab so ein altes Rennspiel, was ich auch vor 10 Jahren oder so wurde das entwickelt von so drei Finnen, das heißt irgendwie LFS, Live for Speed. Und da hab ich mir jetzt gerade erst vor zwei Tagen die S3-Lizenz geholt, also so für 12 Dollar oder so was, ne? Und der einzige Unterschied zu der vorherigen Version, die es schon seit Jahren gibt, ist einfach, dass das jetzt gemoddet werden kann und dass dann einfach einen letzten Haufen neue Autos zur Verfügung stehen. Und das macht so viel Spaß, weil die Modder halt einfach dann einfach irgendwelche neuen Autos dazu basteln und dabei haben sie nicht mal irgendwelche Lizenzen, das heißt nur Fantasiestrecken eigentlich und nichts Reales dabei so, aber dadurch hast du halt so einen Mehrwert und das macht so einen Spaß, das Spiel, das ist super realistisch gemacht halt, also Simulation mehr als Spiel so, und sowas liebe ich ja eh. Und deswegen hab ich wieder total Spaß mit diesem uralten Spiel. Ja. Weil da gab's vorher auch nur drei Autos oder so. Sieht aber cool aus, das muss man kaufen, ne? Oder ist das umsonst? Ne, das muss man kaufen, aber das kostet ja irgendwie, wie gesagt, 12 Dollar oder so was, das ist nicht teuer. Die Online Racing Simulator steht hier, Live for Speed, ja, LFS. Das ist super, das ist ein super Online-Code und du hast Funktionen, die sonst immer noch kein anderes Spiel hat. Du kannst zum Beispiel, damit haben wir damals so ein 16-Stunden-Rennen gemacht, das heißt, du kannst während des Rennens online, kannst du an die Box fahren und kannst an den nächsten Spieler übergeben und der fährt dann mit deinem Auto weiter und so eine Geschichte. Oh, das ist geil. Das ist richtig gut, ja. Und halt auch die Fahrphysik ist sehr detailliert, ne? Dafür, dass es wirklich so ein Drei-Mann-Team ist, die sich seit zehn Jahren oder so entwickeln, dieses Spiel, ist das einfach echt geil. Also wie Staffelrennen sozusagen oder so? Ja, klar, im richtigen Leben fährst du ja auch so ein 24-Stunden-Rennen, da wirst du ja auch nach ein paar Stunden übergibst du an einen anderen Fahrer und der fährt dann weiter und sowas kannst du da halt machen, ne? In dem Spiel. Und online auch. Ach so funktioniert das, ich dachte immer bei diesem Le Mans-Rennen, dass die wirklich 24 Stunden fahren. Nein. Die einzelnen Fahrer. Das macht keinen Sinn. Ach so, es macht ja auch keinen Sinn, stimmt. Das geht ja gar nicht. Da wirst du hier einschlafen. Geht schon, aber ich glaub, die letzten fünf Stunden werden die Horror-Erlebnisse so früh morgens, die werden sich ja alle totfahren auf dieser Scheißstrecke. Nee, das geht schon viel früher bergab, ne? Also wenn du zwei, drei Stunden gefahren bist, dann bist du schon am Limit und dann teilweise müssen die ja die ganze Nacht durchfahren auch noch und so ein Scheiß, ne? Das machst du einfach nicht mit als Einzelner. Aber ich dachte, es gab so Wahnsinne, die auf ihrer Playstation so Le Mans auf Gran Turismo oder so dann wirklich 24 Stunden spielen oder so in Echtzeit. Das glaub ich ab fünf oder sechs oder so, ne? Ach übrigens, weiteres Retro-Thema ist ja, wie die Ukrainer es geschafft haben, mit einer 70er-Jahre-Drohne bei den Russen die Flugplätze zu zerstören. Ja, wobei, da muss man sagen, das ist natürlich Politik schon in gewisser Weise und ich weiß nicht, ob wir das hier... Wir können damit nicht so viel ausrichten, aber die psychologische Wirkung ist so immens, ne? Ja, und Psychologie ist im Krieg immer wichtig. Ja, die Russen haben wahrscheinlich tatsächlich so viel Zeug in den Krieg geschmissen, dass sie ihre eigene Luftüberwachung geschwächt haben, bin ich der Meinung. Und dass da einfach gar nichts mehr groß vorhanden ist. Das ist eine 15 Meter lange Drohne mit einem Raketentriebwerk, was Tonnen wiegt, weißt du? Und das Ding aus ihrer eigenen Produktion und das haben die nicht bemerkt. Das ist schon geil. Also nicht geil, aber krass. Bei Drohnen muss ich immer an Carrier-Command denken früher, weil da war auf dem Amiga, gab's schon so ein Spiel, da haben die das schon gesagt. Also da stand das auch in der Anleitung. In der Zukunft werden Kriege von Roboter, Flugzeugen und Drohnen gebochten. Aber der Witz da war, dass gar keine Menschen starben, sondern es waren nur Roboter, die gegeneinander kämpften. An dieser Stelle sage ich einmal, ich sehe gerade, es ist schon acht Minuten nach zehn. Also ihr habt schon über eine Stunde gehört, wie wir hier uns ausgelassen haben über Musik. Genau, und ihr könnt uns gerne unterstützen, indem ihr einfach bei Patreon einsteigt. Das steht hier alles im Stream. Das seht ihr gerade, retrocomport.de. Ja, oder ihr sagt jetzt, ach, ist total lustig, ich steige jetzt bei Teamspeak ein. Da könnt ihr gerne auf unserer Homepage auf retrocomport.de dann Podcast und mitmachen. Könnt ihr darauf klicken und dann könnt ihr gucken, wie ihr mit Teamspeak an der kostenlosen Software hier einfach mit einsteigt und mitreden könnt. Oder ihr wartet einfach, macht alles. Das heißt, ihr macht jetzt mit, steigt danach bei Patreon ein und dann könnt ihr jetzt mitreden und morgen nochmal den ganzen Kram anhören. Das wäre uns natürlich am liebsten, gerade zu Weihnachten. Ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, mit einer Nebenkostennachzahlung von 2.300 Euro, die der Club bezahlen muss. Das will ich jetzt nicht machen. Das übergehen wir jetzt einfach. Wäre ja negative Werbung. Ich wünsche mir trotzdem, dass vielleicht noch ein bisschen was dieses Jahr geht. Und der Turrican X76 sagt auch schon, schönen Abend, Stefan. Ja, der Stefan ist ja schon wieder da. Ach, der Greco schreibt ja was. Ja, ab jetzt geht es hier weiter bei Teamspeak oder wenn ihr jetzt einsteigt bei Patreon, dann könnt ihr nämlich morgen das Ganze en bloc wieder anhören. Ehe, schönen Abend euch. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.